Ja hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu der Ausgabe Machen den Hauptschulabschluss mit Antikörper. Wir kommen zur ersten Frage und die geht so. Was genau ist ein Walking Base? Antikörper erklärt es euch. Na, seid ihr jetzt etwas schlauer da draußen an den Rundfunkgeräten? Ich hoffe schon. Jetzt könnt ihr angeben beim nächsten Quizabend. Ihr wisst jetzt, was ist ein Walking Base und ihr habt schon ein 118. eures Hauptschulabschlusses. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.